Einen wunderbaren Morgen hier am Dienstag, zweiter Handelstag der Woche. Es warten wieder klasse Setups. Eins läuft gerade an, kann ich gar nicht erwarten hier rein zu gehen. Und zwar das im Kan-Dollar japanischen Yen. Dann haben wir heute noch das WTI und den Euro-US-Dollar auf der Uhr zuvor. Natürlich erst einmal einen wunderschönen guten Morgen hier. Ich muss mal eben oben noch die Chatfenster so aufmachen, dass ich alles lesen kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe hier vier Monitore und auf dem oberen habe ich immer die Chat-Verläufe. Deshalb geht der Blick ab und an einmal auf den oberen Monitor. Ich freue mich wieder hier viele Live-Zuschauer auch zu haben. Rolf, Steffen, Lüttger, guten Morgen. Bevor wir ins Webinar reingehen, wie immer der obligatorische Risikohinweis, den bitte ich in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Dafür ist er hier abgebildet. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Elena, Hans, guten Morgen. Ja, bevor wir in die Setups reingehen, kurz ein schneller Blick in die Tagesnachrichten. Das ist heute auch wieder fix erzählt. Heute haben wir um 14 Uhr generell im Laufe des Tages ein paar Reden von den Vorständen bzw. Mitgliedern von Zentralbanken. Wir bekommen um 14 Uhr aus dem britischen Empire hier die Rede von Governor Garney. Okay, dann gibt es um 16 Uhr die JOLZ-Stellenangebote und um 18.45 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das sind wichtige Dinge. Was gibt es heute noch? Es gibt auf der Agenda hier wieder mal das Treffen der EU-Finanzminister. Wir bekommen um 12 Uhr den OPEC-Monatsbericht. Am ganz, ganz späten Abend noch einen kleinen Einblick in den APE-Rohöl-Lagerbestand. Und wir sehen es hier auch, wird uns heute überhaupt nicht mehr tangieren. Aber es gibt einmal wieder ein paar Reden seitens der FOMC-Mitglieder in den USA. Das also hier zu den Nachrichten. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Charts. Wir hatten ja gestern auch die Indizes mal leicht am Rande mit beleuchtet. Und da hatten wir ja die Situation, dass wir die freitags leichte Intraday-Umkehr wieder hatten. Das hat dann ja gestern wirklich gut zu Buche geschlagen. Wenn wir die Zeit haben, schauen wir da nachher auch gerne nochmal rein. Olaf, guten Morgen. Jetzt möchte ich aber hier nicht lange zögern, sondern ich habe es ja gesagt, das Setup im Kandollar-japanischen Yen, das läuft gerade an. Ich habe hier mal den Chart für Sie auch offen an dieser Stelle. Wir haben hier schön diesen Aufwärtstrend, der sich hier etabliert hat. Schön aus der tiefen Korrektur raus hier an die letzten beiden Handelstage. Also am Montag und am Freitag gab es hier die Umkehr der Nachfrage als erste Reaktion auf das Tief hier unten. Da gab es den Abstoß, dann gab es nochmal eine Korrektur. Das Ganze im untergeordneten Trendverlauf läuft jetzt genau in die Richtung, wo wir es reinhaben wollen. Manchmal dauert so eine Umkehr halt zwei Tage. Das ist ja kein Problem. Jetzt gerade läuft das Spielchen an. Was ist, wenn es weitergeht? Ganz klar, wir haben hier oben zwei Tageshochs liegen, beziehungsweise die auch durch den unteren Trendverlauf interessant werden könnte. Das wäre zum einen mal hier die 83,78, beziehungsweise dann hier oben das Trend hoch dieses grünen Trends. Wenn das überschritten wird, könnte es dann noch deutlich höher gehen im mittelfristigen Bereich. Mit Blick nach oben ist dann die 83,98. In diesem Fall hier oben als Trend hoch auch zu sehen. Nach unten hin, gut, ich habe es mal der Vollständigkeit halber hier auch mit reingebracht. Wir haben selbstredend immer noch die Möglichkeit, dass das ganze Ding wieder rumdreht. Das ist dann allerdings ein anderes Setup. Da müssen wir mit Blick nach unten hier natürlich erst einmal auf das Tief hier gehen. Was wir innerhalb dieser jetzt aktuell laufenden Korrektur hatten, das ist die Marke von 82,258. Das Tief hier unten, wir haben hier unten das Support Level bei 81,730. Das sind die Dinge auf der Unterseite, die wir mit im Ohr oder auf dem Auge haben müssen. Wir müssen gut nach unten hin selbstreden, der Blick auch auf das, was noch da ist aus dem alten Trendverlauf oder aktuellen Trendverlauf. Selbstverständlich hier unten die Marke von ungefähr 81,325 und dann hier unten dieser Peak, dieses Januar tief bei 77,104. Das sind mal die Marken der Unterseite. Aber ich habe ja gesagt, das Setup läuft so schön an. Thema edukative Sachen. Es ist ja immer schön, wenn wir hier mal auch bestimmte Sachen live sehen können, wie wir das vor kurzem auch beim DAX hatten. Hier haben wir genau das Bild, was wir gebraucht haben, um das Ganze zu bestätigen. Und zwar, wenn wir noch mal ganz kurz in die Tageskerzen zurückgehen. Hier, Tagesschatter hatten wir ja hier, ich mache das mal ganz kurz mit zwei Linien. Die färbe ich mal eben Magendarfarben ein, dass wir das sehen, dass ich das Setup mal so ein bisschen in seiner Entstehungsgeschichte hier erklären kann. Und zwar, wir hatten ja hier an dieser Stelle ungefähr das Tageshochliegen. So, das haben wir da. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier rüber in die Stunde, das war der Punkt hier. Das war diese Kerze, die den ersten Umkehrschub gegeben hat. Dann gab es die Korrektur. Dann ist hier untergeordnet der Trend entstanden. Und der Trend hat halt auch wichtige Marken hier oben rausgenommen. Wenn man das Ganze mal sieht, hier unten ist zwar dieser Trend schon gebrochen worden durch diesen einen Schub. Es gab jetzt aber noch nichts. Und gestern Nacht ist das Ganze oder im Laufe der Nacht ist das Ganze jetzt bestätigt worden. Dann gab es die Korrektur. Hier haben wir jetzt die Trendfortsetzung. Und das ist das Interessante. Hier oben setzt sich der Trend fort, schiebt sich nach oben. Jetzt müssen wir einfach sehen, was hier passiert. Und das ist halt der Punkt, wo wir sehen können, das ist das bullische Szenario. Der Markt läuft hier schön nach oben mit. Jetzt können wir hier schönen Trend in der Stunde nach oben hin mit Traden, der in Richtung des Tagestrends auch reinläuft. Wichtige Marken, die wir hier nach oben hin dann entsprechend mitnehmen können. Wenn wir fragen, wer kauft denn hier nach uns? Das sind hier auch schöne Korrekturhochs, die wir sehen aus diesem Abwärtstrend, der nach unten lief. Und das sind halt markante Marken hier an dieser Stelle, die 83,37. Dann hier oben habe ich es ja reingelegt, die 83,78, beziehungsweise dann das Top oben rein. Hier, das ist das, was wir hier sehen im Kan-Dollar-japanischen Yen. Also so sieht das aus, wenn so ein Setup auch anläuft. Ist nie ein Garant, dass es weitergeht. Aber das ist halt genau die Bestätigung, von der ich immer gesprochen habe. Wenn wir hier so eine Trendentstehung bekommen, wie wir es hier unten gehabt haben. Also hier den ersten Schub nach oben. Der hat hier diesen leichten Ritt hier rausgenommen durch dieses Überschreiten dieser Marke hier drüben. Danach gab es die Korrektur und dann ist hier der Trend entstanden. Und das ist halt das Schöne. Hier ist er entstanden. Pam, das ist herrlich. Das ist dann das Signal auf Tagesbasis. Und dann kann man sagen, jetzt ist das Ganze auch bestätigt. Der Markt läuft hoch. Und das sind die Dinge, wo ich immer sage, das hängt dann im zeitlichen Kontext zusammen. Je nachdem, wie nah man an den Märkten ist. In den Kleinstzeiteinheiten ist es überhaupt kein Problem, hier schon zu agieren. Beziehungsweise hier zu agieren, wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt wieder die Stunde aufwärts gerichtet. Dann handele ich mit sozusagen den 5 Minuten hier in diesen Arm rein. Das ist alles schick. Alles kein Problem. Wer das Ganze auf etwas größerer Zeitebene traden möchte, den Tag beispielsweise, der nutzt einfach den Stundenverlauf. Und wir haben ja hier nach oben hin doch genügend Platz, wo man auch den einen oder anderen Trade platzieren kann. Also hier wieder etwas für viele verschiedene Ansätze im Trading, was den Zeithorizont angeht. Und schauen wir als nächstes mal in das WTI, bevor wir uns den Euro-US-Dollar anschauen. WTI hier im Tagesschat ist echt wirklich interessant, was hier passiert. Ich habe es ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Wir haben hier selbstredend erstmal einen Aufwärtstrend. Den habe ich im Grün auch wirklich eingezeichnet, damit man den gut sehen kann. Wir haben hier die Marke um die 54,40. Das kommt aus dem Wochenabwärtstrend. Und hier muss man einfach mal schauen, wo hier gerade die Verortung ist. Wir stehen hier in diesem Widerstandslevel, beziehungsweise Bereich des Korrekturhochs auf Wochenbasis. Da sind wir drüber gelaufen. Dieser Trend ist weiterhin intakt. Gestern, muss ich sagen, ging es dann runter. Wir haben definitiv diesen Bereich getestet. Wenn wir mal sehen, das Low hier ist bei 51,14. Das Tief der Korrektur war bei 51,11. Also wir sind sehr, sehr tief hier unten rein. Dann kam es gestern hier zur Umkehr. Das heißt, hier wahren sich die Bullen immer noch die Chance, nach oben zu laufen. Das heißt, wir haben hier weiterhin die Chance, aus der Korrektur nach von unten her rauszukommen, nach oben reinzulaufen. Wenn dem so ist, dann haben wir hier ein paar interessante Marken stehen. Erst einmal hier der Bereich des Tageshochs hier in diesem Bereich. Das ist die Marke von ungefähr 52. Was haben wir hier stehen? Mal ganz kurz. 52,86 war das hoch an dieser Stelle. Da also rein hier oben haben wir etwas liegen bei 54, ungefähr 14. Und dann haben wir hier noch einen Bereich um die 55 US-Dollar, bevor wir dann hier oben ranlaufen. Also die Bullen wahren sich weiterhin die Chance, hier nach oben zu laufen. Und wenn dem so ist, ist das alles schick, ist das alles gut, dann haben wir tatsächlich auch die realistische Chance. Aus rein technischer Sicht, das hat jetzt nichts fundamental zu tun, sondern rein klassisch-technische Sicht. Wenn wir dann hier oben drüber laufen, dann haben wir wirklich die Chance, auch weiterzulaufen hier in das nächste Widerstandslevel, um die knapp 58 US-Dollar reinzulaufen. Passiert das allerdings nicht. Also wir müssen hier jetzt an dieser Stelle auch so ein bisschen mal aufpassen. Was macht der Markt dann, wenn er jetzt hochläuft? Kommt er wirklich hier oben drüber oder nicht? Nach unten hin, Blick nach unten, würde nämlich ein Bruch dieser Marke hier, dieses Aufwärtstrends, dafür sprechen, dass die Short-Umkehrkerze der vergangenen Woche auf Wochenbasis, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben ja hier ganz klar und ganz deutlich, nicht zu übersehen, diese Umkehrkerze auch schon da gehabt. Die ist zwar nicht unter das Tief drunter gelaufen, aber es war doch eine deutliche Umkehr hier in diesem Bereich. Und wenn sich das bestätigt, mit Bruch dieses Aufwärtstrends, den wir hier auf Tagesbasis sehen, dann müssen wir wieder davon ausgehen, dass wir die Richtung der Woche aufnehmen. Und wenn die Wochenrichtung wieder aufgenommen wird, dann richten wir den Blick halt nach unten. Und was haben wir da für Marken hier? Ganz klar, Entschuldigen Sie, 11, nicht für 51,11, sondern hier unten das Wochentief bei 50,36. Das ist ja auch genau der Verlauf hier, den wir auf Tagesbasis auch mit haben. Das können wir hier in dieser Stelle mit reinsetzen, beziehungsweise dann nach unten hin hier die Marken. Also es gibt nach unten hin einiges an Potenzial. Hier ist dann mal eine große Lücke, weil der Markt hier so massiv nach oben gelaufen ist. Es gibt hier nach unten hin definitiv die Gefahr, beziehungsweise wir sind ja aktive Schwerter für uns, das Potenzial auf der Unterseite hier zum Mitnehmen. Das also hier mit Blick in das WTI. Interessant wird es werden, was der Markt hier entsprechend anstellt. Und das kann man sich sehr, sehr schön auch in der Stunde anschauen, weil in der Stunde sehen wir hier ganz gut schon das, was wir hier an dieser Stelle meinen. Wir können hier möglicherweise sogar davon ausgehen, dass sich eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation bildet, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Wie schon gesagt, bis zur Ausbildung der zweiten Schulter sieht der Trendverlauf ja in dieser Regel immer noch normal aus. Und dann können wir schon sagen, das hier ist die rechte Schulter, dann haben wir hier unten den Kopf stehen und jetzt könnte sich möglicherweise hier eine linke Schulter ausbilden. Das wäre dann interessant, das wäre dann eine Umkehrformation aus dem Kleinen heraus. So wie wir es hier oben gesehen haben. Schaut es mal, rechte Schulter, Kopf, linke Schulter. Hier unten war die Nackenlinie drinnen. Die Nackenlinie wurde durchbrochen, zack ging es nach unten. Dieses Muster könnte sich anstelle der normalen Variante als inverse Variante, jetzt selbstredend auch hier bilden. Hier an dieser Stelle haben wir dann die Nackenlinie. Und wenn wir hier die Schulter ausbilden und dann nach oben laufen, dann haben wir selbstredend hier einen Aufwärtstrend in der Stunde, der nach oben läuft, der den Abwärtstrend der Stunde gebrochen hat. Das wäre dann das Szenario, dass wir eher die Seite nach oben sehen. Müssen wir erst mal schauen, was hier passiert. Die Chance haben wir auf alle Fälle weiterhin im kurzfristigen Bereich definitiv auch mit da. Also das auch hier eine sehr, sehr interessante Situation mit Blick ins WTI. So, jetzt mache ich den Chart mal ganz kurz noch sauber und dann gehen wir hier in unseren Euro rein. Euro, US-Dollar, da gab es ja in den letzten Tagen ordentlich Schub nach unten. Und wo sind wir am Ende gelandet? Am Ende aller Tage oder am Ende der Tage sind wir mal wieder in diesem Widerstandsband um die grob über den Daumen 1,12,900 gelaufen. Natürlich drunter. Ich habe jetzt mal ein wirklich weites Widerstandsband gezeichnet. Warum habe ich das weitergezeichnet? Man weiß ja inzwischen, die Börse richtet sich nicht nach dem letzten Pip. Das heißt hier grob die Richtlinie, wo Umkehrsituationen auch entstehen können. Und wenn wir uns das beispielsweise mal auf der Wochenbasis anschauen hier, dann haben wir hier halt die Situation, dass wir hier, schauen wir mal, hier hatten wir sozusagen im, wann war es gewesen, im August letzten Jahres, den Peak in dieses Band unten rein, dann ging es nach oben. Dann hatten wir den ganzen Spaß wieder hier im, wann war es gewesen, im November letzten Jahres. Peak unten rein, sogar noch deutlich tiefer. Und dann ging es erst einmal wieder ein Stück weit nach oben. Es gab immer mal Berührungspunkte. Das heißt, diese Marke hat schon eine gewisse Relevanz. Der Markt hat das Ganze immer wieder mit im Blick gehabt. Jetzt notieren wir wieder drinnen. Das heißt, hier ist eine Marke, wo es durchaus doch zu Bewegungen kommen kann. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich habe das jetzt mit Absicht mal etwas Wust eingezeichnet, und wenn man mal sieht, was hier für ein Hickhack innerhalb dieser Phase los ist, dann ist es halt die Geschichte, die, wer hier schnell ist und sich die richtigen Marken raussucht, der kann schon gutes Geld verdienen, weil es ist ja ordentlich Bewegung auch da. Und das sind halt die Marken. Das sind die Punkte, wo wir einfach sagen, was war denn hier wichtig? Wir haben jetzt hier, wenn wir mal in die Historie schauen, hier drüben in diesem Bereich hier oben, immer wieder die Chance gehabt, uns nach unten zu orientieren. Das war gut. Von unten her wieder nach oben. Dann gab es auch mal einen kleinen Schub nach oben. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier erst einmal, das habe ich schon versucht einzuzeichnen, wieder einen laufenden Abwärtstrend. Aber wenn wir hier unten einen sogenannten Rebound bekommen, also wenn wir einen Rückschnapper bekommen nach oben, der hier wieder läuft, dann haben wir halt kurzfristig die Chance, auch ein Stückchen hoch zu laufen. Was ist da interessant? Natürlich hier ein paar Tageshochs. Hier haben wir das Tageshoch von gestern bei 1,133 in etwa und dann das Tageshoch von vorgestern, also von Freitag vergangene Woche 1,135,1,2. Das haben wir hier liegen auf der Oberseite. Nach unten hin müssen wir einfach natürlich schauen. Wir sind hier unten am Tief, am Trendtief liegen geblieben, von diesem Aufwärtstrend, der sich hier mal kurzzeitig gebildet hat. Hier die Marke bei 1,12,6,7,2. Wenn es weiter nach unten geht, dann ist die Chance bzw. die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir weitere Dynamik nach unten sehen und dann ist hier der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite. Diese Marke, dieses Tief, was wir hier unten gehabt haben im November letzten Jahres, das ist dann wieder in greifbarer Nähe der Schub nach unten. Also hier an dieser Stelle, wir sind erstmal wieder in einer weiten Bewegung. Die kann sich hier noch etwas fortsetzen. Rebound Trader warten einfach oder achten einfach auf einen Rückschnapper und wenn der tatsächlich einsetzt, dann könnte es hier durchaus die Situation geben, dass wir hochlaufen, weil wenn wir uns die Stunde mal anschauen, die ist schon schön gelaufen. Wir haben jetzt hier unten diese flache Range am Laufen. Wenn es eine Range bricht, die kann ja in beide Richtungen brechen. Ich trade die lieber in Richtung des übergeordneten Trends, aber wenn es ein Rückschnapper kommt, kommt der Bruch ja auch nach oben und da haben wir im kurzfristigen Bereich durchaus auch die Möglichkeit, etwas nach oben zu laufen. Das heißt, da brauchen wir halt den Kontext, den wir hier haben und wenn wir hier diesen leichten Aufwärtsschub nach oben sehen, dann kann man halt sagen, okay, wir handeln jetzt hier die Korrektur dieser Bewegung nach unten und wer das gerne möchte und sagt, hier könnte sich tatsächlich ordentlich Dynamik entwickeln, der guckt sich den ganzen Spaß halt mal in den 5 Minuten an und in den 5 Minuten sehen wir da relativ leicht, was hier passiert. Wir sind jetzt hier mal eben oben reingelaufen. Hier hatten wir das letzte Trend hoch der 5 Minuten. Hier, das war das Korrektur hoch. Da sind wir jetzt drüber gelaufen. Jetzt korrigiert das Ganze und wenn wir da den Schub oben drüber kriegen, dann haben wir hier die Chance, so ein bisschen was nach oben anzulaufen. Rein technischer Sicht hier die Marken. Wir sehen es im Chart, die möglicherweise als Anlaufpunkte hier an dieser Stelle auch geben können. Also das von dieser Seite her zum Euro-US-Dollar und damit auch zu den aktuell heutigen Handelsideen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja versprochen, wir gucken noch mal ganz kurz in den US-Markt rein. Ich hatte das ja gestern avisiert in der kleinen Einleitung zum Blog-Eintrag. Also auch das immer mal lesen. Da sind auch immer mal so kleine Hinweise drin auf das, was gehen kann. Wenn wir uns hier mal den US 500 angucken, also das heißt den S&P 500, dann haben wir hier, jetzt muss ich das mal ganz kurz etwas so größer zoomen und hier ein bisschen das rauslöschen hier, was wir hier haben, damit wir hier nochmal auf die saubere Natur eingehen können. Wir haben hier am Freitag gesehen, der Markt hat ja nach unten korrigiert, hier liefer hoch, dann hatten wir hier gestern den Tag, der das Ganze nach oben hin fortgesetzt hat und wir haben jetzt hier untergeordnet wieder den Trend nach oben laufen. Das sind so die Sachen, ja der eine sagt, das andere sagt, das kommt mit Ansage. Ich weiß ja nie, was die Märkte machen, aber die Idee war halt da. Wir haben hier diesen schönen Hammer gehabt und der hat halt auch genau das gemacht, was häufig nach solchen Situationen entsteht. Inwiefern wir deutlich weiter nach oben laufen, weiß ich nicht. Das muss man erst mal sehen, aber wir sehen halt hier, so ein Set abläuft, schön ab. Schaut euch mal an, wir haben die Umkehr gehabt, den Trendbruch gehabt, die Trendentstehung gehabt, die Korrektur gehabt und jetzt setzt sich dieser Trend schön nach oben vor. Das ist doch genau das, was wir als Trader brauchen, wo wir einfach nur die Spuren der anderen Händler im Chart begleiten müssen und das Ganze dann im eigenen Portfolio umsetzen brauchen. Und hier ist es auch sehr, sehr schön ersichtig. Schaut euch das mal an. Wir hatten hier unten sehr gut die Trendumkehr auch sehen. Das heißt, das ist das, was wir dann auch schön in den 5 Minuten sehen. Wir haben jetzt hier Bewegung, Korrektur und dann die Trendentstehung, die dann hier nach oben das Ganze rausgebracht hat, hier in den kleineren Zeiteinheiten. Ist das gut erkennbar? Das ist doch das, was wir brauchen. Mehr braucht es wirklich nicht. Und hier sehen wir schön die 5 Minuten Trendbewegung in dem, was wir in der Stunde momentan haben. Jetzt haben wir Korrektur. Der Bewegungstrend ist gebrochen. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Aber in diesem Setup läuft auch alles genau, wie wir das geplant haben. An dieser Stelle schaue ich nochmal eben in die Chats hinein. Fragen sich jetzt keine weitere. Von der Seite her ganz lieben Dank für Ihre Zeit heute auch wieder. Ich hoffe, das ein oder andere Setup entwickelt sich wirklich auch so schön wie die letzten. Jeder kann was rausziehen aus den Märkten. Es bewegt sich halt. Wir müssen nicht immer nur den DAX traden. Von der Seite her danke für die Zeit von heute. Wir lesen, hören und sehen morgen wieder voneinander, miteinander. In diesem Sinne allen einen schönen, erfolgreichen Dienstag. Macht's gut. Tschüss, euer Mike Seidel.